Meiner Tochter war langweilig und da habe ich ihr die vielen lustigen Malideen vorgelesen, die ihr mir vorgeschlagen habt. Sie hat sich für eine Gurke, die ein Mensch ist, entschieden und dieses Bild dazu gemalt. Ihre Freundin hat auch ein Bild gemalt. Als ich sie fragte, was die Gurke da in der Hand hält, sagte sie, naja, das ist eine Gurke, die ein Mensch ist. Fand ich richtig witzig.